Das eigene Gebäude energieeffizient und umweltfreundlich gestalten und damit den Wert erhöhen? Das klingt erstmal kompliziert, ist es aber gar nicht. Verbessern Sie die Energiebilanz Ihres Eigenheims mit CKW Smart Energy. Mit einer eigenen Solaranlage auf dem Dach machen Sie Ihr Gebäude zu einem grünen Kraftwerk und können so Ihren Strom selbst produzieren. Diesen Strom können Sie dann mit Hilfe eines Batteriespeichers optimal nutzen. Und zwar wann immer Sie wollen. Sogar nachts. Oder zum Beispiel zum Aufladen eines Elektroautos, mit dem Sie dann von Bern nach Zürich für weniger als 5 Franken fahren. Und das auch noch nachhaltig. Apropos nachhaltig. Wussten Sie, dass eine Wärmepumpe so viel CO2 einspart wie etwa 500 Bäume pro Jahr binden? Sie heizen also nicht nur ökologischer, sondern auch noch deutlich günstiger. Und das alles können Sie zentral überwachen und steuern. Lehnen Sie sich einfach zurück und lassen Sie Ihr intelligentes Zuhause den Rest machen. CKW Smart Energy bietet alles aus einer Hand, um Energiekosten zu sparen und die Umwelt zu schonen. Wir helfen Ihnen dabei, in die Energiezukunft zu starten.